Ja, wieder mal hallo vom Zentrum für Yoga mit ein paar Gedanken zum Tag. Der Mensch ist ja ein Individuum, jeder Mensch ist anders, jeder hat anders Karma, andere Stoffwechselsituationen, andere Gedanken, andere Dinge, die er im Leben gelernt hat. Und jeder hat auch einen individuellen Lebensweg. Doch was wird heutzutage so verbreitet? Alles muss so konform gehen, jeder in der Schule muss gleich lernen, kriegt dasselbe Lernangebot und manche brauchen vielleicht mehr praktische Tätigkeit, manche brauchen mehr Sport, manche mehr Mathe, manche mehr dies, manche mehr das. Es wird alles so gleichförmig gemacht. Und wenn man irgendwo nicht mitkommt, warum auch immer, dann passt man anscheinend da nicht so rein. Menschen wollen sich anpassen, müssen sich anpassen, sollten sich anpassen, weil alle das so machen, müssen alle dies und das Medikament nehmen, weil das macht man halt so, das ist halt so. Ja, aber es gibt immer Menschen, die vertragen halt diese Dinge nicht, die brauchen vielleicht mehr Pflanzliches. Oder in den Arztpraxen alles konform, jeder Schmerz wird dann mit Cortison oder so behandelt oder Ibuprofen oder Ibuprofen oder was auch immer, je nachdem natürlich, wo er auch herkommt. Das sind so gleichförmige Strukturen, wo man genau sieht, also ich sehe es in der Naturpraxis, das funktioniert halt nicht bei jedem. Ja, das ist richtig so, ja, aber der andere hat vielleicht dann Nebenwirkungen. Ja, da muss man durch, da muss man dies, da muss man das. Und das, was schon gar nicht mehr beachtet wird in den meisten Medizinrichtungen, auch im Leben natürlich, ist der Mensch selber. Das Individuum, die Seele wird oft nicht beachtet. Es muss so gehen, Arbeit, es muss weitergehen, macht mir keine Freude mehr. Ja, aber man braucht es, du musst weiterarbeiten. Wie weit sind wir dann auch von diesem Individuellen? Nicht weit weg, meint man, aber ich denke, man hat sich schon weit entfernt. Wenn man sagt, naja, ich bin doch ein Individuum, ich kann selber entscheiden, was ich will. Ja, was kann man denn selber entscheiden? Was entscheidet man selber? Ob man Brokkoli kauft oder rote Bete, das kann man auch entscheiden, ja. Aber wie frei sind wir wirklich, um entscheiden zu können, was wir im Leben tun? Ja, man kann sagen, ich gehe heute ins Kino, entscheide ich mich fürs Kino, das ist meins. Ja, das mag so sein. Aber im Leben, wie viele Menschen entscheiden sich wirklich für den individuellen Weg? Wer einen persönlichen, eigenen Extra-Weg geht, der gehört manchmal nicht mehr dazu. Wenn man andere Meinungen hat, gehört man nicht mehr dazu. Und was machen dann manche? Die, die nicht dazu gehören, bilden Extra-Gruppen. Ach, jetzt gehören wir zusammen, wir sind die Nicht-Befürworter von dem und dem. Und da sind die Befürworter von dem und dem. Und dann geht man wieder nicht den individuellen Weg. Weil man sich wieder in der Gruppe dann zusammenfindet und da auch wieder etwas gleich macht. Auch im Yoga zum Beispiel, da gibt es dann Yoga-Gruppen, müssen nicht mal Sekten sein, aber alles schauen gleich angezogen aus. Da ist man nicht individuell. Manche wollen dann werden wie ein berühmter Schauspieler. Ah, der macht gut und der schaut aus und der hat immer das an und das schaut gut aus. Ja, das mag bei dem so sein, aber selber schaut das dann nicht so gut aus. Ich sehe es immer, wenn ich so in Stuttgart bin. Manche sind dann so stylisch angezogen, so die knöchelfrei und so enge Hosen und so enge Sakkos. Das schaut bei manchen wirklich gut aus. Aber bei vielen schaut es wie gekünstelt aus. Und auch hier will man dann anderen Menschen, Modetrends, irgendwas nachmachen. Aber das ist nicht individuell. Aber woher weiß man, was individuell ist? Nun, indem man sich erstmal auch ein bisschen zurückzieht. Und das tut, was von innen rauskommt und nicht was von außen eingebläut wird oder gezeigt wird in den Medien. So ist es richtig, so muss es ausschauen. Bei dem machst du dies, bei dem machst du das. Und es sind in allen Bereichen diese Themen da. Ob es die Psychologie ist, die Medizin, an der Arbeitsstelle. Es ist immer so, dass der Mensch meist nicht mehr als Individuum gesehen wird. Sondern ist da ein Objekt, was funktionieren muss, arbeiten muss, so und so sein muss, sich so verhalten muss. Und wie viel Individualität haben wir dann noch. Und wie gesagt, wenn jemand eine andere Meinung allein schon hat, dann ist das so wie absonderlich. Ah, der denkt, wir brauchen das und das Mittel nicht mehr für diese und diese Erkrankung. Dann haben wir gesehen in den letzten Jahren, was mit Individualität gemeint ist. Und das wird nicht gewünscht. Wenn das Kind in der Schule nicht zurechtkommt, wird es sagen, ja, es hat ADS, ADHS, kann ich lernen, kann ich dies, kann ich das. Müssen wir therapieren. Ja, aber vielleicht ist diese Schulmethode nichts für das Kind. Vielleicht denkt es sich, was soll ich in Biologie im Buch lernen, was die Pflanze macht. Hey, warum gehen wir nicht raus in den Wald und gucken die Pflanze an? Rupfen sie raus, sezieren die Pflanze, schauen die mal an, fühlen die mal an. Ja, das geht nicht, da haben wir keine Zeit, da sind wir nicht versichert, da ist dies, da ist das, 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 jenes. Und so ist die heutige Gesellschaft sehr gleichförmig geworden. In bestimmten Kreisen hat man dann eben gleiche Dinge, es muss alles so gehen und so gehen und so gehen. Aber das ist nicht immer gut. Auch in der Medizin, jede Krankheit wird schulmedizinisch oft gleich behandelt. Gut, mit einem gewissen Pool an, vielleicht Therapiemaßnahmen, Medikamenten, wie so eine Schablone aufgedrückt, bei Allergie gibt man das oder das oder das und mehr steht da nicht in der Schablone drin. Somit wird der Mensch nicht individuell behandelt, sondern allgemein. Und dann kann sich das Leben ja auch nicht entwickeln. Die Gesundheit kann sich nicht entwickeln, wenn man mal gleich alles macht. Gut, wenn jemand Allergien hat, mache ich auch Akupunktur, die gleichen Punkte vielleicht. Aber dann muss man immer den Menschen auch dahinter sehen, woher kommt die Erkrankung, was muss er vielleicht an der Nahrung ändern, an der Lebensweise und das ist bei jedem anders. Jeder hat ein anderes Karma, jeder hat andere Zusammensetzung, jeder hat andere Stärken und Schwächen. Wenn jemand mit der Ernährung nicht viel verändern kann, weil er den Willen vielleicht nicht hat, dann muss man das anders machen. Und das wird eben oft nicht beachtet. Naja, kann nicht, dann machen wir es halt nicht oder gibt es ein Medikament oder alles gut. Aber es wird ja nicht wirklich gut. Der Mensch folgt anderen, die oben stehen, sagen, was die unteren zu tun haben. Das ist vielleicht an der Arbeitsstelle so. Der Chef sagt, was der Arbeitnehmer tun muss. Okay, dafür arbeitet man ja da. Aber wie man zu leben hat, was der Weg ist, das kann man nur selber rausfinden. Und schlussendlich ist das so eine Lebensaufgabe, seinen Weg, sein Individuum, sein Selbst zu finden, um glücklich zu werden. Nun, ich sage mal wieder Danke fürs Zuhören, Zuschauen, gerne bis zum nächsten Video. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Und dann einen wunderbaren Dienstag. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.